Ja hey Leute, in diesem Video geht es um diesen günstigen Beamer hier. Der kostet gerade einmal 150 Euro, was für einen Beamer recht günstig ist. Und in diesem Video klären wir, ob es sich lohnt den zu kaufen oder ob ihr das Geld lieber in was anderes investiert. Viel Spaß! Ich wurde angeschrieben, ob ich diesen Beamer testen möchte und mein erster Eindruck war natürlich, für diesen Preis kann nichts Gutes dabei rauskommen. Ich wollte trotzdem den Beamer testen, da ich eigentlich noch nie einen Beamer testen konnte und auch nie einen Beamer zu Hause hatte zum Testen. Dieser Beamer jetzt von der Marke POMAX kostet auf Amazon derzeit 150 Euro. Ich habe in der Zwischenzeit dasselbe Modell von diesem Beamer auch von anderen Herstellern gesehen. Also gibt es wahrscheinlich einfach einen China-Hersteller, der es herstellt und wie verschiedene Marken, die das dann vertreiben. Auf jeden Fall, dieser Beamer kostet nur 150 Euro. Was ich sagen muss, was für einen Beamer ziemlich günstig ist. Und da war ich als erstes natürlich skeptisch, ob für diesen Preis überhaupt was Gutes rauskommt. Ja, wenn ihr die Anschlüsse auf der Rückseite seht, ihr habt da wirklich sehr, sehr viele Anschlüsse. Wir sehen hier hinten auf der Rückseite zweimal USB, zweimal HDMI, ein TV-Eingang, ein VGA-Eingang. Dann haben wir noch alte Video-Eingänge, ein Regler für das Bild. Dann haben wir hinten einen kleinen Lüfter und den Netzanschluss. Und das war es dann auf der Rückseite mit den Anschlüssen. Der Input ist bis 1080p möglich. Also könnt ihr zum Beispiel ganz normal über HDMI ein Apple TV anschließen, eine PS4, eine Xbox, was ihr wollt. Allerdings ist die Qualität, die der Beamer ausgeben kann, begrenzt auf 800x480 Pixel. Was, wenn ihr rechnen könnt, nicht mal HD ist. Und man sieht auch schon deutlich Pixel, wenn man den Beamer in Betrieb hat. Wenn man sich jetzt direkt dann vor die Wand stellt, wo das Bild hinprojiziert wird, sieht man deutlich die Pixel. Sobald man aber ein bisschen weiter weg geht, sieht man eigentlich nicht mehr so wirklich die Pixel. Aber man sieht schon, dass die Qualität nicht gut ist. Ja, mit diesem Beamer könnt ihr eine Bilddiagonale von 32 Zoll bis 200 Zoll auf die Wand bringen. Dafür muss allerdings auch der Raum ziemlich dunkel sein. Auf der Seite von denen wird beworben, dass es auch im Hellen gut möglich ist, was zu sehen. Allerdings war das bei mir im Test nicht so der Fall. Ich habe einfach das Licht angemacht und man sieht eigentlich fast gar nichts mehr. Also stelle ich mir das Ganze vor, wenn es hell ist, am Tag draußen, sieht man einfach nichts. Also der Raum solle schon deutlich abgedunkelt sein. Laut Herstellerangaben schafft der Beamer 2600 Lumen. Das weiß ich nicht, ob er das wirklich schafft. Wir haben auch integrierte Lautsprecher, die 3 Watt haben. Die sind okay für Präsentationen, für kleine Töne. Aber wenn ihr wirklich Filme gucken wollt, müsst ihr nochmal externe Lautsprecher anschließen. Was ich wirklich cool finde, wir haben einen relativ kleinen Formfaktor. Der Beamer ist wirklich ziemlich klein. Wenn wir jetzt eine Tasche dafür haben, können wir den auch überall hin mitnehmen. Wir haben auf der Oberseite Tasten, haben aber auch im Lieferumfang eine kleine Fernbedienung, die wirklich schmal ist. Die wir dann auch immer mit dabei haben können. Und was mir wirklich positiv aufgefallen ist, wenn ihr den Beamer angeschlossen habt, drückt auf Power. In wenigen Sekunden ist er hochgefahren und ihr seht sofort ein Bild. Das ist bei meinem Fernseher schlechter. Das ist bei anderen Beamern, die ich irgendwo mal gesehen habe, war das auch schlechter. Also das ist schon wirklich ein ziemlicher Pluspunkt. Und ich finde auch ziemlich cool, dass wir so viele Anschlüsse auf der Rückseite haben. Wir können ziemlich viele Geräte anschließen, können am Gerät oder mit der Fernbedienung schnell wechseln. Und das finde ich ist wirklich top. Ich habe trotzdem noch ein paar negative Punkte gefunden, die ich euch natürlich nicht verheimlichen will. Und zwar der Lüfter. Vielleicht wisst ihr es vielleicht nicht. Ein Beamer braucht einen Lüfter, sonst überhitzt der ziemlich schnell. Und der Lüfter ist in diesem Beamer ziemlich, ziemlich laut. Heißt, falls ihr einen Film oder ein Video über den integrierten Lautsprecher hört, ist der Lüfter fast so laut, dass ihr die Lautstärke fast auf voll stellen müsst. Also das ist schon ziemlich schlecht. Und auf Dauer nervt dieses Lüftergeräusch auch ziemlich, wenn ihr Filme guckt oder einfach der Beamer nur an ist. Stört das ziemlich. Dann, was ich ziemlich schlecht finde, ist die Auflösung. Und ja, okay, für den Preis kann man jetzt nicht 4K oder eine Full HD Auflösung verlangen, die auch noch wirklich super gut ist. Aber ein bisschen besser hätte sie vielleicht schon sein können. Was ich auch negativ bewerten muss, ist, dass ihr eigentlich den Beamer nur im Dunkeln nutzen könnt. Da, wie ihr sehen könnt, im Hellen eigentlich ihr fast nicht seht. Was ist jetzt mein Fazit zu diesem günstigen Beamer? Oder beziehungsweise für wen ist dieser geeignet? Ich muss ehrlich sagen, der Beamer ist nicht schlecht für die Preisklasse. Ihr könnt trotzdem euer Apple TV anschließen, ihr könnt euren Laptop anschließen. Ihr könnt super Präsentationen halten, ihr könnt auch Videos gucken, Filme gucken. Hatte ich keine Probleme mit. Und er ist super portable, ihr könnt ihn überall mitnehmen. Wenn ihr zu Freunden fährt, wenn ihr irgendwo hinfahrt, wo ihr nicht wisst, ob ihr ein Fernseher habt, wo ihr etwas größeres Bild haben wollt, könnt ihr den Beamer super einfach mitnehmen. Da einfach alles schnell läuft, er geht schnell an. Ihr könnt super schnell die Eingänge wechseln. Ich muss sagen, für den Preis könnt ihr nichts falsch machen, ist nicht viel. Falls ihr bessere Qualität haben wollt, falls ihr einen leiseren haben wollt. Wenn ihr einen haben wollt, der in hellerer Umgebung gut funktioniert, müsst ihr ein bisschen mehr Geld investieren. Auf jeden Fall finde ich diesen Beamer hier top. Ja, jetzt seid ihr gefragt. Mich würde wirklich sehr interessieren, was eure Meinung zu diesem Beamer ist. Ja, ich habe jetzt auch eine gute Nachricht, falls ihr euch für diesen Beamer interessiert, beziehungsweise falls euch dieser Beamer hier gefällt. Ich konnte mit dem Hersteller, beziehungsweise von dem Verkäufer auf Amazon von diesem Beamer, einen extra Beamer heraushandeln. Ich kann einen dieser Beamer hier an euch verlosen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist diesen Kanal hier auf YouTube abonnieren, dann einen Daumen nach oben geben und ihr schreibt mir einen Kommentar, warum ihr diesen Beamer haben wollt und was ihr damit machen würdet. Das war es dann auch schon. Das Gewinnspiel läuft zwei Wochen und falls ihr dann gewonnen habt, bekommt ihr einen Code. Den könnt ihr auf Amazon eingeben und innerhalb von ein, zwei Tagen habt ihr den Beamer dann auch zu Hause. Also wirklich top. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, Daumen nach oben natürlich nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. 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 Vielen Dank.